Keine Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, nein, nein, das MDR berichtet davon, das MDR berichtet davon, dass zahlreiche Hooligans und rechte Erlebnisse sind. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ich berichte euch weiter, weil es wirklich hochspannend ist und die ganze Absurdität der Lage kennzeichnet. Das MDR verweist auf Aussagen der Polizei. Die Polizei, liebe Freunde, wir haben uns gar nicht von mir, die Polizei hat derartige Ausgaben niemals ans MDR weitergegeben.